So, jetzt kommen wir an die Rocket Launcher. Die Stunde jetzt nehme ich mal auf. Tu dies. Tu dies. Tu dies. Tu das. Tu dies. Jetzt mal wieder schön ein Damage Boost geben. Mal schön ein Boost nehmen. Braunhäutige Frau. Boah, ich muss doch kaufen, ne? Darum haben sie auch verlängert. Damit da Suchtpotenzial noch bloß ist. Kommen da neue Maps und so, wenn da, äh, Kaufe? Neue Heroes meinst du? Mit der Zeit bestimmt ja. Ich denke mal neue Maps oder ist das erstmal jetzt komplett fertig so? Ja, da, in, in einer gewissen Zeit kommen, kommen die Ranglistenspiele. Das wär auch geil. Die sind jetzt noch nicht sofort implementiert, nach dem Release. Du kannst da später, ab Level 25, kannst da Ranglistenspiele machen. Also was geht mit den Robots, ey? Guck mal, ey. Alter. Da, die Rage-Module. Dem geb ich den Boost, ey. Hahaha, er töntet alles, ey. Guck mal, wie er abgeht. Krass, und meinst du, wie er mit der Maus bewegen muss? Krass. Oh, weiße, was zicke Taktik wär. Ähm, äh, viermal, äh, viermal Heiler. Ja, und, ähm, ein King Kong und alle heilen ihn. Ja, 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 ja. Ah, könnte lustig sein. Ich glaub, dass die sehr wenig Damage sind. Geh mir mal Damage boost, rechts von dir. Ich seh den hier. ah diese chance wird nicht verschenken fuck warte nochmal ja wir sind zwei jetzt na ach ich fäll dir die kleine ich hilfe dir mann aaaaaaaaaa ha 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 Feindliches Geschütz aus dem Verkehr gezogen. Feilstrahl aktiviert. Feindliches Geschütz hochaus. Feindliches Geschütz hochaus. Du musst mich noch ein bisschen umheilung bekommen. Ich kümmere mich um das Ziel. So, da hätten wir wohl. Jetzt kann ich gerade gehen. Ich bin unabhängig. Oben ein Sniper. Hinter dir. Hinter dem Häuschen war jemand. Ich bin unabhängig. Ich kümmere mich um die Fracht. Feilstrahl aktiv. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Geh schnell rück in der Kuss. Feindliches Geschütz hochaus. Feindliches Geschütz hochaus. So. Ich bin unabhängig. Geh mehr jetzt. Achts, in der Bewegung! Alle auf Prozession! Ich bin da! Diese Chance wird nicht verschenkt. Feindliches Geschütz hoch. Zurück! Vad! Ich bin da! Ja! Ja! Fun! Die Wunde der modernen Medizin. Fracht ist in Bewegung. Alle auf Position. Feindliches Geschütz aus dem Verkehr gezogen. Ich hab dreimal seine Turrets in Folge gekillt. Die Witze verlassen. Ich bin wieder nachgebaut. Ich weiß gar nicht, warum er was gemacht hat. Okay. Ah fuck. Schön. Hinten! 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 Bei mir! Ich komme. Ich bin über dir. Ich fliege dich wieder. Hier nix. Ach, der ist sicher. Abmarsch! Geschützte Meister. Die Bracht hat den Chatpoint erreicht. Feindliches Geschwister. Ich bin überraschend. Feindliches Geschwister auf dem Verkehr gezogen. Ich bin überraschend. Das ist nicht so gut. Wie Assim. Ich kann gleich nicht überraschend auf mithelfen. Das ist nicht nur eine Kuss. Das ist nicht nur ein Kuss, sondern nur ein Kuss. Das ist nicht nur ein Kuss. Aber nur ein Kuss. Ich kann nicht mehr Arbeiten. Hinten sie nicht mehr in den Zellen. Und die andere Male auch. Das ist nicht nur ein Kuss. Und dann geht´s nicht mehr. Oben, oben, oben! Über mir, über mir! Ja, 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 ja! Erfolg freigeschaltet! Abgekaterte Spiels! Highlight des Spiels! Der Genji! Ich arbeite jetzt mit... Ich spiele jetzt viel mit diesen Anfliegen! Ja, ich geb die immer! Anfliegen, ne? Ja, ja, ist auch richtig geil, ey! Damit bist du richtig gut mobil! Auch wenn du angegriffen wirst, sofort zu einem hinziehen! Boah, krass! Ich hab mich nicht selber gewartet! Was ist denn los, ey? Spielen die alle so wenig Highlight, dass man die dann loatet? Krass! Da hab ich... Ja, hab ich... Ja, hab ich... Ja, hab ich... Da fliegst du nicht direkt runter! Das ist auch kacke! Die fahren alle Server runter! Ja! Ich kann gleich nicht mal weiterspielen! Ach, auch die Close Beta? Ja! Ich bin mal gespannt, ob jetzt wie bei WoW gleich um 18 oder um 19 Uhr hier so ein Event kommt! So ein Feuerwerk oder so! Ach, weißt du was? Ich will auch mal den, äh... Berg spielen! Wenn du auch mal einen... Tower aufbauen! Jo! Da hast du eine andere... Ähm... Wir haben keine Tanks! Einer muss noch denken! Die Schwache über dich! Oh, ne! Nicht die! Ich hab große Pläne mit dir! Erstmal dran gewöhnen, dass du die Zwerg bist! Ach, der... Schieß mal kurz, ja! Bitte? Schieß mal kurz! Achso, ich dachte, das wär der, der sich in ne Ecke stellt und Dauerfeuer macht! Was hat ich für ne kleine Sicht? Weil ich so klein bin, ne? Wie witzig das ist! Guck mal, ey! Guck, meine Sicht ist richtig von uns gesucht! Guck, meine Sicht ist richtig von uns gesucht! Versuch sie zur Auslösung mal nicht in tausend Stücken zu uns! Ja, die haben echt Mühe gemacht! Bei mir brauchst du hier in dem Fall keinen Damage Boost geben! Okay! Ich versuche sowieso nur mit den... Den, den er da erhoben hat! Guck mal, der André! Mit dem spiele ich auch mal gerne Schadenboost! Der stellt sich immer nur auf ne Kante und hält die ganze Zeit rein! Er baut da was auf, ey! Krass! Da ist ein bisschen oben, ey! Ich brauche das nicht richtig. Machen ordentlichen Damage! Das hat er zu bauen, ey! Von links Das ist witzig, der Zauber Oh, 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 shit Ja, das geht, wenn du mich da mal siehst Der entgegenkommt Ja, nimm mal wieder deinen Flieger da, der ist gut Ja, ja, ja Ja, weil die haben auch sind, die haben auch der Fahrer Das werde ich morgen früh ganz bestimmt Ich bin tot Ich bin auf dem Rückweg, aber ich fahr tot Ui, hier wird knapp Ungefähr 10 Sekunden Da bin ich Danke Auf dem Dach Rechts 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 hinter dir glaube ich jetzt, pass auf. Ja, auf die Seite geht's. Auf Vorsicht, ich komme jetzt ein bisschen zurück. Und hinter uns im Visier. Shit. Matsch, beginnt gut. Tod. Jetzt nehm ich es an. Boah, ich hab's so weit. Zehn Sekunden bin ich da. Wie ist das? Boah, so früh. Huh. Heldensstärk. Das ist eure gerechte Strafe. Ich bin zu rüsten. Mir schirft keiner weg. Sie wenden sich zurück. Schwer ist doch, der kommt nicht mit. 13 Sekunden. mit fahrer läuft mit fahrer hat das spiel die fahrer ist auf der map finde ich gold wäre ja die kann aus allen winkeln rein er hat alles getötet er war auch gut untergeben die 59 prozent kill Ich hab ihm mal ein Wort gegeben. Ich hab vorhin 67% Kill percipation gehabt und dann hat keiner gejuckt. Mega undankbar. Und einer gewinnt so mit 3000 Overheal. So, da gucken wir doch mal. Kings and Row. Aber hätten sie die erste Stufe eingenommen, wäre das mit Pharah wieder nicht so schön gewesen. Das ist auch wieder ein Pharah-Map. Dann kommt nämlich der innere Raum. Ähnlich wie Hollywood, glaube ich, oder? Ich waffe über dich. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Pre-p-p-e-r. Ne, weißt du was? Ne, das ist die Map, glaube ich, mit, äh... Mit Punkte einnehmen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich hab auch keine Ahnung. Ja, war mit Punkte einnehmen. So, weil wenn er die Map mit... ...diesem Auto ins Ziel bringen ist, da ist der Zweck auch ganz cool. Kannst du dir... ...Geschütztürmer aufs Auto bauen. Ich fähr der Geschütztürmer immer mit. Ah ja. Ja, der Zwerg eben, das war nix. Ne, nicht auf dem... Für so enge Gassen ist das geil. Gute deutsche Wertarbeit, krass. Genau, wir müssen zwei Punkte einnehmen. Man könnte auch oben durch. Ja. Ja, wir sind auch durch. Komm. Komm ich hoch. Ja. Nein. Guck mal, direkt hoch. Da stehst du schon Sniper. Ich seh ihn unten am Auto. Mach weg. Ich guck dir. Jo, ich flieg direkt in der Luft. Aber lass erst ein bisschen warten. Komm mal hierhin. Zwei, drei Sekunden warten. Weißt du, die gucken erst direkt bei Start, gucken wie hoch. Dann sehen sie keinen, gucken nach unten und dann fliegen wir raus. So ist der Plan in der Theorie. Sniper hat mich in der Luft erwischt. Ja, ich hab ihn fast gekillt, den Sniper. Auf seiner Killcam sieht man, da hat er knapp vorbeigeschossen. Ja, einmal getroffen, einmal knapp vorbeigeschossen. Ja, der zweite ging daneben. Feindliches Geschütz, woraus? Wo tut's denn sie? Feindliches Geschütz? Sir, helft uns. Ich bin ein super tief. Nice. Easy. Schön. Feindliches Geschütz aus dem Papier Er kann nix machen jetzt von hier oben Oh snap Ach, da ist doch die Map mit der Eskorte Achso Na gut, dann nehm ich gleich mal den Zwerg, wenn ich sterbe Da kannst du nicht schön Turret drauf machen Das muss man ausprobieren Falls ich sterbe, wenn aber Wie sagt man denn alles? Klar Ich weiß nicht, irgendwo im WC oder so Was ist dort? Ich bin bei dir Links, links in der Tür Links in der Tür hinter dir Steht einer, der McCain Yeah, ich seh Mir stirbt keiner Nice Die wollen noch Nachschlag Boah, ist das weit Weiter, weiter, nicht nachlassen Der McCain fängt alle ab hinten Feindliches Geschütz voraus Hinter euch, Simon hinter euch Von hinten greift der an Nein, 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 nein Ich bin einfach weg Einmal ein bisschen zu... Einmal zuerst herum Ich glaube, McCain kannst du nicht Einmal zum Schwäge 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 Nein, nein, nein Überflug In wieder auf den Beinen Ein Strahl aktiviert Die Stunde hat Taschen Weg da Weg da Weg da Schade, dass ich kein Redsfeier habe. Doppelwitz, was? Schade, dass ich nicht um die Ecke komme, weil da steht direkt so ein dicker Torred. Jetzt gibt es süchtig Schaden. Feindliches Geschütz vorab. Mach ich nur wieder weg. Fack. Feindliches Geschütz ausgeschaltet. Hab ich jetzt. Schade nach hinten. Das ist eure gerechte Strafe. Feindliches Geschütz vorab. Feindliches Geschütz ausgeschaltet. Geht bei dir? Kelvin, sterbe nicht. Alter, du hast Boost die ganze Zeit. Geht bei dir. Geht bei dir. Geht bei dir. Hast du nur mir geschrieben? Ja, ich weiß nicht. GG. Der ist deutscher. Guck mal, der Reinhard. In der Mitte. Reinhard ist schweiz. Der, der. Guck mal, die ganze Zeit kriegt er Heal dabei. Guck mal. Und wer die ganze Zeit tot gewesen? Richtig nice. Der Igentix, ja, den kann man auch mal. Der hat gut gespielt, aber... Boah, er hat 89% dabei gewesen an der Front. Irrisch. Das war eine reife Leistung, wenn ich das mal so sagen darf. Objektiv Kills, Gold Medal. Dankeschön, vielleicht haben wir noch Rang 25. Glaub nicht, wie spät haben wir? Aber wir sind schnell, drei Siege in Folge. Läuft. Ich wache über dich. Guck mal, Kisten hochhalten. Sniper. Ja? Jo, ich ... Jetzt gibt's den Stickschack. Da ist sowieso noch keine Runde in spüren. Jetzt geht er da. Jetzt geht er. Aber wir haben nicht mehr Ignez. Wir haben nicht mehr Ignez dabei. Was haben wir nicht? Nee, der Ignez ist nicht mehr. Ach, der Ignez. Der Ignaz Bubels. Bubelsberg. Ferdinand von Bubelsberg und kein Konstrukteur kein Schafschützer die jemanden der Ferdinand von Bubelsberg heißt ja sicher ja sicher Ferdinand von Bubelberg ich hätte auch nicht gedacht dass es jemanden gibt der Peter Buchfach heißt wir sind Telefonbuch gekauft ich wache über dich er wohnt voll Freiheitstraße Peter Bucher soo da wollen wir mal ein bisschen diesmal müssen wir verteilen die Map ist geil guck mal wo ich jetzt hier stehe wo ich jetzt hier stehe guck mal da stand letztes Mal dieser Maschinentyp und der hat die ganze Zeit da reingeholt wo bist'n du? hier hinten in der Ecke ach so ja die Position ist richtig geil und ich hab ihm die ganze Zeit Damage gegeben ja ist cooler sehr schön deshalb nehme ich eigentlich den Pfarrer so gerne dann weiß ich nicht was das dann auch geben schaden verstärkt der MG macht Pistole gib mir mal direkt Damage Boost wenn er so weit ist dann flieg ich hier über die Mauer also er versenkt nicht hoch 5, 4, 3, 2, 1, Angreifer nähern sich Defend gemeinsam werden wir nicht scheitern oh links kommen jetzt er ist cooperation Erster Kill, Heidebücher. Boah, da hast du keine Lust rauszukommen, wenn die ganze Zeit diese Raketen entgegenkommen hast. Ja. Das ist so nervig. Entweder Damage muss oder Heidebücher, ist ok. Der Soldier ist oben links im Haus drehen. Drei Verlachen. Voll stupide, aber es wirkt. Einfach hier mal senkrecht hoffen. Warum rennt der Tank jetzt da rein? Wir haben es doch voll im Griff. Macht keinen Sinn, aber es ist klar. Oh, Sniper sind oben in der Bay. Ich glaube, mehr Damage muss ich bitte. Geht gar nicht, ich muss den Tank rennen. Ah, fuck. Der ist zu doof, ey. Der rennt doch rein, ey. Jetzt könnten wir die Polizei... Ah, Mist. Ach, die Runde der moderne Medizin. Vor mir kann sich niemand verstecken. Jetzt kommen sie durch, ja. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Hilfe! Ach, lass doch den Soldier nicht durch. Wo ist er? Oh, fuck. Tracer. Einer rennt er sich. Ja, die siehst du manchmal einfach nicht, den Tracer. Die kommt überall durch, wenn sie will. Ja, shit. Soldier 76. Bereit zum Einsatz. Was? Vorsicht wires ganz alleine da vorne. Wir müssen das Ziel verteidigen. Schaden erhöht. Oh! Lass. Lass, Lass. Lass. Helden sterben. Vitaminspritze gefällig. Warum rennt der Typ rechts alleine in den Raum rein? Als Tank. Sniper. Sniper. Nimm doch fucking... Uiuiuiuiuiui. Healer down. Too much propane is in the anus. Lass mich durch, ich bin Ertissing. Man nennt mich McCree. Interessant wird's erstmal, wenn sie gleich hier in die Halle kommen. Das sollte man ja vermeiden, ne? Fieber online. Schaden verstärkt. Ich starte durch. Soldier oben. Der Soldier ist ja ganz schön gutig. Die Stunde hat geschlagen. Ja, der Soldier, von dem du sprichst, hat mich jetzt getötet von ihm. So, wo werde ich gebracht? Das sind enge Räume, kann ich leider nicht verteidigen, Leute. Ja. Ja. Aber wir haben... Der ist nicht mehr der Ignatz Googles. Der hätte als Tank so'n Scheiß nicht gemacht. Der war aber gut, ey. Oh fuck. Der entkommt tatsächlich. Ach wohl. Vielleicht kommt er wieder, pass auf, da ist er schon. Ja. Ja, tot. Oh fuck. Operation gescheitert. Hat er die Fracht näher zu ihrem Ziel? Seine Atter ist hier. Heldung, sterbe nicht. Boah, was ist hier? Geht's hier! Geht's hier! Oh, ein Feuer! GEMAner, naa! Ich komm's hier auch noch! Typ war'n Mega-Reds. Drei gleichzeitig Ah, hinter uns! Ah, fuck, ja, ja. Da war schon dritte Mal jetzt. Krass. LOL, LOL. Tracer ist da bisschen affinierend. Hinterrücks anzugreifen. Lasst mich durch, ich bin Air-Spin! Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Lass euch nicht abknallen! Der Gucci, ey. Fuck, 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 fuck. Die Stunde hat geschafft. Hinter uns schon wieder. Boah, die ratten's nicht, ey. Okay. Die Tracer, ey, macht was sie will, ey. Sie macht immer das Gleiche. Ja, die ist halt da gut drin. Sie geht immer den gleichen Gang und tötet die Leute aus der gleichen Position. Die kann sich halt hin und her fliegen, weißt du? Bei meinen Folgen. Wo bist du? Oh, nice. Danke. Danke. Versuchen wir jetzt auch ein bisschen hin zu gucken. Bleib mal ein bisschen hin. Ein bisschen nach vorne stehen. Da ist sie wieder. Ja, ja, ja. Ich schütze dich. Ich hör schon wieder Genji, ey. Doppelretz. Doppelretz, Alter. Sehr nice. Den Tracer von links. Da oben. Da oben. Da oben. Boah, Alter, die ist überall, ey. Die Super BR2. Jetzt, schon wieder von oben. Die ist schon wieder da oben. Vorsicht. Schon wieder weg. Hinter dir. Nein, sie ist runtergefallen. 30 Sekunden. Können wir das Ding zurückschieben? Ja. Hinter dir die Tracer. Hinter mir. Hinter mir. Am Anfang. Fuck. Vierte in Folge, Alter. Was ein Comeback, ey. Boah, ich hab alles aufgenommen. Was ein Comeback. Highlight des Spiels. Ja, guck mal. KUMA! Bah, WAT! Ha! Der erste Mal der Highlight der Meister, Alter. Guck mal, wie ich mich anschleiche. Haven, sterbe nicht. Zweifel. Aber das hat mega fehl gemacht. Guck mal, ich fliege so vorn hoch und mach meine Ulti. Hast du gesehen? Ja. Mega geil, ey. Perfekter Zeitpunkt. Boah, ich weiß. Der hat mich voll gefreut, ey. Wieder für dich aufgeflogen. Zack. Perfekt, ey. Da fahren die anderen nicht so gut. Da fahren die anderen nicht so gut. Ah, ich weiß nicht. Level up! Nicht schlecht. Viel Siege, ey. Haltet auf Band, ey. Unterwegs nach Nepal. Dann mach ich nur eine Stunde Episode drauf. Nepal. Boah, ich muss wieder Fahrer nehmen. Zu Laune. Looptie. Das war so sick. Ich rette dich, spring hoch und du machst direkt Finisher. Kann das auch aus sein. Ja, weil ich hab das gesehen. Die haben mich gekillt und die sind dann nach vorne geprescht. Und dann Res. Aber ich hatte dir nicht Damage Boost gegeben, weil ich dachte, die halten voll auf dich drauf. Nö, das macht auch nichts unbedingt, wenn ich meine Ulti ziehe. Macht ja so schon derbe Damage. Boah, was lebt das hier so. Boah, ich krieg den Basketball hier nicht in den Corv. Guck mal. Ich versuch's jedes Mal. Ich bin jetzt erst drin im Spiel, krass. Boah, hab ich auch Glück gehabt. Capture the objective. Ich seh dich noch nicht mal. Bei mir bist du noch ohne. Ich bin schon vor. Fuck Chaser. Jawoll. Nice. Cowartyp. Der Zielschirm ist jetzt ein Team. Schaden verstärkt. Alter. Nichts möglich. Wie nicht? Was ist denn los? Alter. Jetzt. Tracer wieder. Ich bin abgeschissen. Operation gescheitert. Patient. Lebt wieder? Genji, Genji, Genji. Ich bin unterwegs zum Zielpunkt. Wo bleibt ihr? Nehmen wir gerade ein? Ja. Ich bin am Zielpunkt. Noch eine Eckweilladung. Start ins Boost. Achtigies. Jemand greift dich an? Sniper hält auf dich ab. Hat jemand den Angst gerufen? Entschuldigung. 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 Boah, jetzt hat er dicht an mich. So. Wo werde ich gebraucht? Der ist gut, ey. Boah. Der ist gut, ey. Der ist gut, ey. Der ist gut. Entschuldigung. Ich treffe ihn natürlich. Er muss zu gehen. Er mag das nicht auch nicht. Der ist nicht zu gehen. Der fendet immer meine Rotetrappen weg, Helden, sterben nicht. Jetzt nochmal hier senkrecht hoch. Oh scheiße, ich seh dich nicht. Sniper ist genau unten am Toreingang. Tracer hinter dir, Tracer hinter dir. Boah, jetzt ne Sekunde. Hinter dir, die töten jetzt alles. Das wird erst in ihr, Leute. Kann ich ihn mal gewinnen? Oh nein, nicht reinlaufen! Ich bin hinter dir. Alter, wie weit geht denn die Stange? Ach, die geht über die ganze Map, oder was? Wir gehen erstmal. Lüse den Körper! Schafft sie vom Punkt weg! Ein Tragen aktiviert! Helden, sterben! Nice! Hast du den Reds nicht bekommen, oder? Ja, aber... Objekt failed! Wunderfekt! Aber jetzt, wie... Fällt mir jetzt grad mal so ein, wie krass das von dem Spiel ist, dass das im letzten Spiel erkannt hat, dass der Reds Spiel entscheidend war. Ja, schon nicht übel. Da musst du gut programmieren, glaube ich. Bestimmt, weil die gesehen haben, nach dem Reds direkt drei, vier Gegner toten. Ja. Von den frisch geretzten unterhalb von fünf Sekunden, oder so. Irgendwie so ein Trigger, oder? Fünf... Vier... Drei... Zwei... Zwei... Nehmen sie den Zielpunkt ein. Capture. So, jetzt fliegen wir gleich hier rüber. Einmal groß. Hopp! Nice. Sniper! Jawoll! Heilung besitzt! Boah, Tracer geil! Aber die Tracer ist die fast so nicht. Ich kann mich leider nicht kümmern. So schnell, finde ich! Dafür aber Sniper! Nice! Oh, der Bigfoot. Bigfoot is coming. Bigfoot! Mega nervig der Dicke. Ha, Bigfoot! Ha, der Haaringer, ey. Slider. Tot. Ich hab noch 10 Sekunden entfernt, ungefähr. Ah, fuck. Okay. Die Stunde. Er wollte gerade seine Ulti zünden. Er wird abgeknallt, geil. Das ist immer schön. Ich bin da. Erst geht's abwärts. Schaden dahin. Weiter so. Hat jemand den Arzt gerufen? Danke. Ach. Warum bin ich denn eigentlich in der Mitte? Ach. 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 Er fliegt von der Map mit ihnen. Oh, nicht schlecht. Geil. Ich bin unter dir. So, mal wieder rechts lang. Hier rechts. Gleich wieder den Jump hier rüber machen. Hier rüber wieder. Und. Gas. Ach. Hat bei mir nicht gleich. Ah. Zu viel Damage. Zu viel. Ich meine, ich bin links von uns. Der UGF. Nimm mit euch. Und zwei Sniperle mit der H nominated. Oh. Sehr Trottel. Läuft aber traurig uns weiter. Jo, haben wir es? Haben wir es? 1-1. 1-1. Final Road. Ach, ein ruhiger Moment. Es wird nicht lang so bleiben. Ey, was war der Pass? Boah. Schade. So. 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 Oh, wer kommt jetzt auf eine gute Startpose an? Boah, Sniper. 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 Boah. Ja, ja. Ich versuchte nicht mehr zu nehmen. Na. Shit. Jetzt weiß ich noch mal was. Ja. Jetzt geht's mir besser. Ja. Ha. Tim. So. Wo tut's denn weh? Ja. 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 Da ist er fast tot. Sieht bitter aus. Ist noch alles drin. Oh noch ja. Oh noch. Jetzt gehen wir alle zusammen rein, jetzt können wir es geben. Wie viel Rücken der kommt? Nein. Nein. Ach so, scheiße. Was ist das? Es ist nichts. Es geht schwer jetzt. Jo. So, wo werde ich gebracht? Ich schütte dich. Wir müssen in die Mitte. Ja. Ah, ich bin tot. Das war's. Wir sind in die Mitte. Overtime. Ich schreib schon GG, ey. Krass. In den letzten Sekunden ist noch einer reingelaufen. Reicht aber nicht. Ich bin nochmal reingesprungen, hab alle gerätzt, aber hatten nichts gemacht, glaube ich. Nein. Mir stirbt keiner da. Schade, war nochmal ein guter. Zum Schluss. Das war's. Das war's. Highlight des Spiels. Tracer, die war nicht schlecht, ey. Nein. Jo, den hab ich gesehen. Da konnte ich nur gerade entkommen. Jo, die war auch krass die Stelle, ey. Mein Gott. Boah, er hat eh mich. Ich dachte, ich kill die alle, aber dann, äh, gibt noch nichts. Das war's. Das war's. Das war's. Episch. Verbindlich. Vielen Dank. Zehn Minuten noch. Mögen die letzten Spiele beginnen. Drei Goldmedaillen. Wo drin sonst? Wo drin sonst? Wo drin sonst? Ja, ich hab ne Pharah. Ich hab noch so ein Pharah-Teil. Oh, jetzt kommt wieder Pharah. Hollywood Hogan. Boah, da haben wir doch die Megaecke hier. Ich seh sie schon auf dem Bild, ey. Wachen Sie sich bereit zum Angriff. Jetzt kommt Pharahs großer Auftritt. 20- Sonic-Hopper. W-winnen. Ja-wo-unnie-Fah. Die sieht aus dem Bild ganz anders aus als meins Lukas видео typically. Ja. Jetzt gibt es 50 Schaden. Jetzt gibt es 50 Schaden. Oh wir spüren es hier. Ich peppe dich wieder. Schade schon wieder. Mal sehen wie viel heute wieder zu tun ist. 6-Gun Killer. Schau da hier. They came beyond the moon. Madly O'Neal, Jack Sterling. With the Spion 2.0. So geht da hin. So geht da hin. Das wird ein glorreiches Nacht. Ach nee, anderer Seite. Anderer Seite. Anderer Seite. Heutzer. Heutzer. Es ist Zeit anzuhalten. Schaden erhöht. Boah neben die Spannung steigt. Juhu. Huuu. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein. Angriff beginnt. Attack. So, was ist hier los? Ich sehe keinen. Stopp. Meinliches Geschütz voraus. Allein auf der Straße. Sniper von oben. Die sind die alle. Aufwand. Warte, ich bin... Hinter dir. Aufwand. Alter. Die denken auf. Warum stirbt der nicht? Wo? 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 Ich verstehe. Das ist einfach von vorne. So. Schönen. Boah. Schön ein von top gekriegt. Instant gegen ihn. Eins. Einfach gekriegt. So warte, hier stehen bleiben. Und drei. Zwei. Eins. Ich muss eben drängen machen. Es kommt was hoch geflogen da. Bis kurz. Vorsicht nicht einzig runterrutschen. Mit Unterstützung. Ja, die Tracer hat mich wieder. Oh, schade. Flieg hoch! Ja. Ich seh keinen. Ach, hier. Aus der Luft abgekillt. Juhu! Ich nehme den Punkt an. Benötig wohl noch... Ich lauf noch 10 Sekunden. Ach so. Nichts noch. Uuuuh! Ich werde den Punkt anheben! Verschied doch nicht! Ich werde den Punkt anheben! 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 Halt. Puh! Oh, fuck! Halt, halt! Ich bin in die Schlange reingefahren. Wo kamen die denn her, ey? Ich bin in die Schlange reingefahren, von oben. Weil sie nicht mehr fliegt dort. So mega lächerlich, die Schlange, ey. Krass. Da haben sie sich was eingefallen lassen, ey. Ja, im Prinzip siehst du hier, aber... Failed man dann auch gerne. Hat jemand den Arzt gerufen? Voll lieb. Ich bin in die Luft, ich bin in die Luft. Ich bin in die Luft, ey. Ja, die halten uns gut auf, auf jeden Fall. Ah, die machen nicht. Viel Zeit noch, dann gehen wir hier rechts rum. Zeit geht wieder hoch. Drei, zwei, eins. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Aua, 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 Aua. Tower, irgendwo, weiß ich wo, Aua. Da sind Dauer wieder. Helfen, sterben. Warte halt. Warte, wie geil ist das? Komm nicht. Was ist das? Heiß, oder? Was ist das? Feindliches Geschütz voraus. Was ist das? Feindliches Geschütz voraus. Feindliches Geschütz voraus. Na, schön. Ich steu. Ich steu. Ich steu. Ich pepel dich wieder auf. Vitamin Spitze gefällig? Boah ich den Ganzen? Ah! GASP GAUGGH! GASP GASP GAUGH! Ich hätte jetzt Mega-Rits machen können. Vor mir, koas, ich mich ein Canterchen! GASP 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 Dich kriege ich, du Dreckskerl. Was ist denn jetzt hier? Komm schon, komm schon, komm schon! Ich heil dich! Leid nicht! Komm zurück! Oh Mann, jetzt stopp! Jetzt stopp! Geh weiter, 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 weiter! Achso, ne, da steht tot! Von rechts, von rechts! Ja, ja, von rechts! Alter, da schläfst du nicht! Hat aber gedauert! Ich hab mich für dich geopfert! Das ist... Sehr schön! Die Fracht ist gesichert! Nein, ich kann nicht hochfliegen und die Ulti kommt! Boah, ist das der hier! Oh, war nicht hoch! Der Tracer kommt gleich wieder von mir! Ich rede schon! Vogel! Du baust da nicht ein! Du baust da nicht ein! Ich bin fast verletzt! Ich muss geheilt werden! Ja, ich kann nicht reinführen! Ich bin da! Helden! Ich bin hier! Ich bin da! Wenn ich das ganze k�ieren kann ja! Ich bin da nicht der Tracer! Jich! Ich bin hier! Weih, ich bin hier! Dann bin ich mir nicht! Ja! Ja! letzte Minute, 19.25 geschafft. 19 Uhr. Gucken wir mal, ob wir noch ein Spiel dürfen. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Da, guck mal, da komm ich gerade runter. Komm, hier kriegst du noch mal zum Abschied noch mal ein Vote. Krass, alle von uns sind da. Erfisch. Super. Boah, sieben soll vielleicht noch nie. Zeit für Zielfortschritt. Habe ich Bronze bekommen, aha. Komm, wir sind, lass uns noch eine Stunde. Ich sehe schwarze Bildschirme. Oh. Wir müssen ja noch verteidigen. Ja, wir müssen ja noch verteidigen. Wir müssen ja noch verteidigen. Gemeinsam. Unterstützung ist da. Samstagschön-Purkerei, ne? Jo, ich bin nicht da bis dahin wieder richtig fit. Weiß auch nicht, ne? Waiting for player, ich glaub das wird jetzt nix mehr. Ne, glaub ich auch. Ich öffne mal schnell meine Lootbox. Da kommt ein Tank. Da kommt ein Tank. Dann ballern wir doch noch mal ein bisschen. Dann ballern wir doch noch mal ein bisschen. Alter, was machst du denn? Das war wohl nix, ne, Kollege? Wie neu geboren. Ja, können wir rausgehen eigentlich. 4 Stunden hab ich Mercy gespielt. Ja. Können wir rausgehen. 19 Siege. Doch, lief game. 19 Siege hab ich. 59% Siegesquote. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Hallo? Hallo? Hörst du mich? 1, 2, 3. 7. 8. 7. 8. 9.